Heute sind wir in Kronberg unterwegs. Ich glaube, das ist eine Minigolfanlage. Das ist nicht der Spielplatz, der ist noch ein Stückchen weiter unten. Der Spielplatz ist noch ein Stückchen weiter unten. Happy Herb ist auch da. Ich habe einen Parkplatz bekommen und eben beim Zahnarzt gewesen. Und ja, hat mir natürlich mal wieder die Fragen nicht beantwortet und hatte keine Zeit. Und wie bei allen anderen Zahnärzten, bei den 300.000, wo ich schon war. Also wirklich, ich glaube, ich komme mit. Ja, können wir machen. War natürlich wieder abgelenkt. Also so um die 20, 30 Zahle erst so war ich schon. Ja, habe glaube ich echt schon einen Trauma. Und ich sehe da den Spielplatz. Juhu. Was ein schöner Tag. Ich glaube, oh, ein süßer Vogel an dem Baum. Sieht man den? Ich glaube, 24, 25 Grad. Auf jeden Fall richtig warm mit meinem Joggyanzug. Ich habe mich auch schon ausgezogen. Ich habe mich auch schon. Ich habe mich schon wieder abgelenkt. Ich habe mich auch schon wiederbeutetutung.